Happy Birthday Home Assistant! Und das war mein kleiner bescheidener Beitrag eben zum 10-jährigen Jubiläum von Home Assistant im Stream. Ja, IO-Programm wird übrigens auch nächstes Jahr wohl voraussichtlich ein 10-jähriges Treffen veranstalten. Und was gibt es noch hier? Naja, ich werde natürlich noch ein paar Fragen beantworten, eben zum Wall-Display. Da sind wirklich noch ein paar interessante Facts. Dann werden wir natürlich ein bisschen reden über die Minis. Was können die? Welche gibt es? Und natürlich viele, viele andere Dinge an News. Also, ich freue mich wie immer, wenn du ein Abo hier lässt, die Glocke nicht vergessen und ein Däumchen am Ende des Videos. Und ich würde sagen, los geht's! So, ich würde sagen, legen wir natürlich mit dem Shelly-Display los, denn da gab es noch einige Fragen dazu. So, das erste war, kann ich hier mit den Swipes noch etwas anderes schalten? Und ja, das kannst du, nämlich mit den Actions. Das habe ich ja das letzte Mal so ein bisschen anklingen lassen. Schau einfach mal da hinten. Da ist eine Shelly-Balb jetzt verbaut. Und jetzt gehen wir einfach mal her und machen mal von oben nach unten. Und hoffentlich passiert da hinten auch gleich was. Jawohl, hat ein bisschen gedauert. Und von unten nach oben. Und hoffentlich geht die dann auch gleich wieder aus. Jawohl, funktioniert. Das heißt, du kannst mit den Actions natürlich auch dort URLs eintragen. Wenn du Shelly's schon länger benutzt, weißt du, dass du so eine Bulb da auf jeden Fall so steuern kannst. Und dann hast du da kein Problem mit. So, die zweite Frage war, ja, wie schaut es aus mit dem Verbrauch? Vor allen Dingen, wenn ich das Ding natürlich das ganze Jahr hier anhabe. Und eine Shelly-Webseite sagt dort unter 1 Watt. Und das hört sich ja schon mal gar nicht so schlecht an. Aber wie ist es denn bei mir? Ja, ich habe auch mal ganz wissenschaftlich gemessen mit einem Eve-Plug. Und auch der sagt zwischen 1 und 2 Watt. Und das Ganze noch ohne den Eco-Modus, der bei mir aber bisher nicht so arg viel bewirkt hat. So, das nächste ist ganz einfach. Wie schaut es aus? Brauche ich jetzt die Cloud? Brauche ich nicht die Cloud? Das ist eine sehr essentielle Frage. Und was soll ich sagen? Hm. Ja, ja, nein. Denn ich habe ja dem Gerät das Internet geklaut und da ging erst mal gar nichts. Das heißt, wenn ich etwas geschalten habe, was zum Beispiel hier dieser 1 PM zum Beispiel, dieser Mini hier ist, den habe ich ja hier direkt auf der Startseite drauf. Das hat erst mal nicht funktioniert. Habe ich nur den Kreis gesehen und ansonsten nichts. Aber, und jetzt kommt es, ich habe ein Reboot gemacht. Und danach hat das wie von Zauberhand funktioniert. Und ich habe nachgeguckt. Ich habe tatsächlich das Internet gesperrt. Das heißt, das, was Dimitar, der CEO von Shelly, gesagt hat, scheint irgendwo zu stimmen. Das heißt, es werden dann Geräte im Netzwerk auch wohl geschaltet. So, das hat auf jeden Fall bei dem wunderbar funktioniert. Also, nicht nur hier, ja, ich sage mal hier das Leuchtmittel, was direkt eben an das Relais des Wall-Display angeschlossen ist. Ist schon mal eine schöne Sache. So, aber, ja, so richtig funktioniert es trotzdem nicht. Er scheint, wenn ich ein neues Device eben einbinden will, wohl noch sich die Config gezogen zu haben, der ganzen Gerätschaften. Aber, ja, es wird natürlich dann trotzdem offline angezeigt. Habe ich ja beim letzten Mal schon durchklingen lassen. Das heißt, irgendwo bin ich mir nicht sicher. Es braucht wohl doch irgendwo die Cloud oder doch nicht. Das Discoveren der Geräte funktioniert. Nicht anständig. Oder, ja, keine Ahnung. Also, von dem her, da bin ich noch ein bisschen unsicher. Da werde ich noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken müssen und analysieren müssen. Ja, und Matthias Kleiner hat ja wohl mein Video auch gesehen und hat, ja, sein Senf dazu abgegeben. Hat gesagt, nee, das Gerät gefällt mir so gar nicht. Vor allen Dingen natürlich, was die Oberfläche betrifft, bietet keinen richtigen Mehrwert. Da wird er lieber bei einem NS-Panel bleiben. Meine Meinung, teilweise hat er schon recht, denn, ich sag mal so, das, was sie an Oberfläche haben, funktioniert auf dem Tablet relativ gut. Hier wirkt das sehr, sehr, ja, gedrungen und die Phones passen noch nicht so. Du hast es teilweise gesehen beim letzten Mal. Da war auch irgendwie die Pfeile etwas außerhalb gerückt und, und, und. Und, also, Shelly hat hier auf jeden Fall noch viel, viel Arbeit vor sich. Und wie ist es jetzt mit IO-Programm? Funktioniert dieses Gerät dann da? Nein, leider nicht, denn Matthias Kleiner hat das auch noch nicht inkludiert bisher. Und, ja, wenn du bei GitHub schaust, steht das dort auch, ja, unter bisher nicht funktionierenden Geräten. Aber ich denke mal, das wird in naher Zukunft mit Sicherheit auch kommen. Wobei, du kannst da natürlich nur das Relay schalten und dann entsprechend, ja, die Sensorwerte abrufen. Das heißt Temperatur, Luftfeuchte und Helligkeit und das war's. So, jetzt haben wir so ein paar Sachen hier geklärt. Wenn du immer noch welche Fragen hast, natürlich sehr, sehr gerne unten rein. Oder natürlich auch, ja, entsprechende Kommentare, was dir bisher gefällt und was dir bisher nicht gefällt. Ja, es gibt ja noch jede Menge an Verbesserungsvorschlägen. Thermostate werden ja kommen, aber das wird ja, wie gesagt, noch bis Anfang Oktober dauern. Was mir persönlich gar nicht gefallen hat, ist diesmal, wie mit Beta umgegangen wurde, um das nochmal kurz zu erwähnen. Denn die erste Beta war definitiv sowas wie eine Alpha und sowas würde ich als Shelly nicht veröffentlichen. Denn es gab Probleme bei einigen Usern und ja, du kommst nicht zurück. Das, was du kennst, wenn du Shelly's einsetzt, das er dann dort in dem Menü wieder anbietet, geht doch zum Stable zurück, funktioniert bei diesem Gerät im Moment anscheinend nicht. Ich habe diese Auswahl bisher nicht gesehen, egal ob es die Web-Oberfläche oder die App ist. Und das ist für mich wieder ein Unding, denn da lässt man User alleine. Und ich weiß, dass bei Facebook etc. einige gesagt haben, hey, das ist eine Beta. Warum machst du das, wenn du nicht weißt, wie es denn funktioniert, um zurückzukommen? Sorry. Das Ding ist trotzdem für den User konzipiert. Und wenn eine Beta angeboten wird, weil auch viele Dinge noch nicht funktionieren, ist man halt mal geneigt, da drauf zu klicken und das dann überhaupt sonst nicht funktioniert, eben bei der ersten Version und teilweise verschlimmbessert wurde und man da nicht zurückkommt. Sorry, das ist für mich ein absoluter Fail. Da kannst du gerne wieder den Hate unten in die Kommentare schreiben. So, und jetzt kommen wir zu was Erfreulichen, nämlich endlich den Minis. Und ja, 35% weniger, das ist schon der Wahnsinn. Damit auf jeden Fall, denke ich mal, wieder die kleinsten Relais auf der ganzen Welt. Ja, wenn man sich die Sonos-Teile anschaut, die sind zwar auch klein, aber natürlich wieder gewonnen. Das ist der normale 1er, blau, wie du es kennst. Natürlich hier keine 16 Ampere mehr. Warum? Naja, weil das Relais natürlich kleiner ist. Dürfte klar sein. Wenn mich nicht alles täuscht, waren das hier, glaube ich, 8 Ampere. Aber immer noch Try-Kontakt, das heißt potenzialfrei. Kannst du also was anderes schalten. Wundert mich eigentlich fast schon bei dieser Größe. Gut. Die anderen zwei, die haben allerdings so einige Leute mehr irritiert. Habe ich auf der IFA gesehen, denn, ja, Shelly PM, Shelly 1 PM, hä, was ist der Unterschied zwischen den zwei? Und naja, ich sag mal so, wenn du dann das Anschlussschema dir betrachtest, dürfte es eigentlich relativ klar sein. Denn hier der weiße oder graue, wie auch immer, der hat Außenleiter, Neutralleiter und zweimal O wie Output. Und mehr eben nicht. Ergo, der hat kein Relais. Und damit ist er eben nur, ja, für Messung zuständig. Das kannst du allerdings dann auch wirklich bis zu 16 Ampere machen. Und kannst ihn dann, ja, hinter direkt eine Steckdose packen. Sollte damit ja dann möglich sein. Und auch dein Leistungsschutzschalter muss dann entsprechend eben nicht, ja, kleiner dimensioniert werden. Was man eigentlich machen müsste sonst. Also, eine schöne Sache auf jeden Fall. Das Ganze testen wir auch gleich mal, würde ich sagen. Im Moment haben wir ja den direkt hier auf das Wall-Display drauf. Und das, was du jetzt hier siehst, das machst du bitte definitiv nicht. Ja, auch das ist etwas, was ich normalerweise nicht unbedingt tun sollte. Aber gut, das machen wir jetzt hier trotzdem mal schnell. Weil, ja, Output ist klar. Ist natürlich direkt eben Saft drauf, ne, der dich tödlich umbringen kann, wie es immer so schön heißt. Und du siehst, das Leuchtmittel geht nämlich auch sofort an. Und jetzt gucken wir hier mal. In der Zwischenzeit können wir mal etwas anderes probieren. Und ich hoffe, man hört das Klacken. Das heißt, wir gehen jetzt da unten mal drauf und klicken. Jawohl. Und es dauert ein bisschen. Und man sieht hier auch, dass das gerade ein kleines bisschen dauert mit dem Kreis. So, und wir drücken nochmal. Ja, und das dauert natürlich. Das heißt, wir haben ja immer noch kein Internet. Und da braucht er ein kleines bisschen. Aber funktioniert. Und wir sehen jetzt auch hier, ja, entsprechend die 40 Watt da. 40,1 haben wir gerade. Also, funktioniert soweit. Top, das Ganze. Und wenn wir schon bei den Panels waren, dann kann ich ja nochmal ganz kurz hier dieses NS-Panel Pro erwähnen von Sonoff. Ja, das kannst du natürlich nutzen und kannst eine Companion App von Home Assistant etc. drauf machen. Ist ja auch Android. Aber du kannst natürlich das Ganze auch mit der Original-Software betreiben. Und schaust du hier, ist das so, dass mittlerweile wirklich viele interessante Features dazugekommen sind, muss ich sagen. Erstens mal ist das jetzt mit Meta funktionabel. Was heißt das Ganze jetzt? Da muss man das wohl ein bisschen auftröseln und ich muss das selber nochmal testen. Das Ganze ist ein Zigbee Hub. Und jetzt auch ein Meta Hub. Wahrscheinlich logisch, denn was wird es tun können? Naja, dasselbe, was eben jetzt entsprechend Philips Hue macht. Das heißt, ja, das Ganze eben von Zigbee dann auf Meta transferieren, wenn du so möchtest. Das heißt, ja, wenn es umwandeln, wie auch immer. So, damit du eben bei anderen Geräten, wie zum Beispiel mit deinem Google-Device, eben Meta-technisch schalten kannst. Und dann eben hier entsprechend die Zigbee-Geräte dann weitergereicht werden. So, das ist eigentlich alles. Also von dem her, dieses Meta Hub-Geschichten. Naja, so ist das halt mittlerweile. Aber es gibt eben auch noch viele, viele andere Dinge, wie man dieses Gerät nutzen kann. Und eben auch nicht nur mit Sonoff. Also von dem her muss ich mir das, glaube ich, doch mal zu Gemüte führen. No Thread funktioniert und, und, und. Also von dem her, ja, bin mal gespannt. So, und dann kommen wir jetzt eben zum 10-Jährigen von Home Assistant. Und dort gab es neben einem neuen Logo auch noch neue Hardware zu bestaunen, nämlich den Green. Jetzt sagst du, Herr Green, ja, aber Yellow und so, das ist doch noch gar nicht so lange her. Das stimmt. Aber es gab wegen Compute-Modul und so weiter und so fort mit Wartezeiten, allen drum und dran, halt doch einige Probleme. Der Green ist abgespeckt. Der hat auch nichts. Das heißt, wenn du zum Beispiel Thread etc. möchtest, müsstest du zum Beispiel hier so einen Sky Connect nutzen, der eben, ja, auch Thread und Zigbee unterstützt und ihn dann dran korken. Und, ja, ansonsten hat er eben nicht arg viel. Natürlich ist der Home Assistant vorinstalliert. Kostet 99 Dollar das Ding. Also vom Preis her ganz okay. 4 GB finde ich so, reicht eigentlich für die allermeisten Sachen aus. Es sei denn, du willst da natürlich noch viele, viele Dinge dazu packen. Ja, mal gucken. Vielleicht habe ich demnächst ja einen hier. Und wenn wir schon bei Sticks waren, das ist ein Kombi. Ich glaube, das ist sogar noch der erste, richtig. Der erste Kombi-Stick, den ich mir damals gekauft habe. Und, ja, es gibt wohl jetzt einen Kombi-Stick 3. Der ist in der Mache und wird demnächst wohl erscheinen. Und ich gehe immer sehr stark davon aus, dass der dann natürlich auch Thread unterstützen wird. Ja, Kombi-Sticks werden zum Beispiel auch sehr gerne genutzt. Eben in Verbindung mit einem Raspberry Pi zum Beispiel und Home Assistant. Und aber natürlich auch IO-Proger, um eben Zigbee-Geräte zu ermöglichen, um die eben zu nutzen mit Home Assistant. Ja, das kannst du natürlich dann mit Sicherheit dann genauso eben mit dem Kombi 3, eben zum Beispiel mit Thread-Geräten. Ob da eine Umschaltung möglich ist, zum Beispiel zwischen Zigbee und Thread, das steht natürlich in den Sternen. Das ist ja natürlich auch ein bisschen von der Firmware abhängig. So, das Acara Duo Relay 2-Modul, so heißt das, glaube ich, das steht wohl auch in den Startlöchern. Konnte ich ja auf der IFA nochmal bestaunen. Aber das wird wohl jetzt auch bald nach Europa kommen. Ob das dann hierzulande ja noch so viel Anklang finden wird? Ja, keine Ahnung. Denn immerhin ist es ja so, dass nun wirklich durch diese Gerätschaften etc. pp. Der Markt doch relativ überschaubar ist noch für Acara, würde ich durchaus mal sagen. Aber das Gerät ist natürlich Zigbee und hat mit Sicherheit auch dort dann seine Anhänger. Ja, übrigens Matter, die Türschlösser, wird Apple Homekey jetzt wohl bald unterstützen. Ja, und was soll ich sagen? Es zeichnet sich immer mehr ab, aber da werde ich in meinem Matter-Video drauf eingehen, dass Apple sehr wohl ziemlich profitiert eben von dem Matter-Standard. Und natürlich, ich will jetzt nicht sagen, das Ganze unterhöhlt, aber es ist ja so, dass natürlich jener Firma dir gestattet ist, auch noch Dinge und Mehrwert natürlich anzubieten. So, ist es das, was eigentlich Matter so ausmachen sollte? Nein, eigentlich nicht. Ich dachte immer, das ist ein Standard, an den sich dann alle halten und gut ist. Wenn jeder jetzt sein eigenes Hüppchen kocht, wissen wir ja, wo das wieder endet. Naja. Dann kommen wir als nächstes mal zu den Kameras. Mit Riolink angefangen, denn dort gibt es dann jetzt auch ein neues Update. Und das nennt sich vor allen Dingen Motion Mark. Was heißt das? Na, du kennst die Umrandung vielleicht schon, wenn eben etwas detektiert wird. Das ist dort jetzt auch dann vorhanden. Und zwar so, dass eben dann auch beispielsweise, ja, Fehlerkennungen denn dann umrandet sind. Das heißt, du kannst solche Dinge natürlich dann besser erkennen, wenn es eben eine Fehldetektierung ist. Und bei dir dann zum Beispiel auch ausschließen, was du bei Riolink Kameras ja machen kannst. Das heißt, ja, entsprechend dann ausblenden, beispielsweise. Auf jeden Fall eine schöne, nützliche Sache. Und denk dran, wenn du noch abstimmen möchtest, welche Kamera ich entsprechend testen soll, dann mach das sehr, sehr gerne. Das Ganze befindet sich dann unter den Community Posts. Ach ja, übrigens, so klammheimlich hat Yves dann auch ihre Kamera dann bei Amazon veröffentlicht, wenn man so möchte. Ja, ist im Moment mal wieder nicht zu kaufen, aber wird mit Sicherheit nicht mehr lange dauern. Da kannst du dir die Specs ja dann auch auf jeden Fall schon mal zu Gemüte führen. Link packe ich dir natürlich wie immer unten in die Beschreibung. Aber, ja, finde ich natürlich, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich bin halt mal gespannt, wie das sich in das Eve-Universum dann eingliedern wird. So, und dann kommen wir noch mal zu einer anderen Sache, nämlich hier Bosch. Und auch da gab es ein Update und vor allen Dingen natürlich auch für Apple-User, wie du hier siehst. Das heißt, ja, der Smart Home Controller 2, der unterstützt jetzt eben den Funk-Stick, wenn du vorher den Controller 1 eben gehabt hast. Und damit kannst du natürlich auch die alten Sachen dann entsprechend einbinden. Dann siehst du noch Reichweidenverlängerung und neuer Dienst, Wärmeüberschuss etc. Und es gibt natürlich auch einige Verbesserungen, was den neuen Heizkörper Thermostat 2 betrifft und, 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 und. Also auf jeden Fall ein größeres Update, das ist doch schon mal was Schönes. Weniger schön ist es, ja, jetzt für Google Display, das heißt den großen Nest Hub. Denn der wird jetzt, und zwar, zack, relativ schnell, wenn mich nicht alles täuscht, war das sogar Ende diesen Monats, ja, Zoom verlieren und Google Meet. Und das kann ich wieder gar nicht nachvollziehen. Zoom, okay, vielleicht nicht mehr unterstützt, weil es da vielleicht Probleme gibt und die das nicht mehr unterstützen möchten. Aber das Hauseigene zu sagen, nö, das fliegt jetzt auch weg. Ja, sorry, das war vielleicht eins, warum viele sich damals dieses Display mitgekauft haben. So, und dann fliegt das jetzt wieder weg. Ich will jetzt nicht sagen, dass es dann, ja, mehr oder minder in die Tonne kann. Denn immerhin kann es natürlich andere Dinge schon noch, aber wieder eine Sache kastriert. So, und das ärgert mich, ärgert mich vor allen Dingen bei Google. Ja, sag du mal, empfindest du das auch so? Ist das einer der Gründe, warum du zum Beispiel sagst, nee, Google tue ich mir da nicht an? Sie sind Vorreiter in vielen Dingen, dafür bewundere ich sie. Auch, ja, Open Thread zum Beispiel, ja, das ist natürlich auch etwas, wo ich sage, jawohl, war super. Da konnte ich mit Thread schon rumspielen, da waren andere noch in den Kinderschuhen gesteckt. Aber, ja, danach Vorreiterrolle und danach hinten runtergefallen. Ja, finde ich auf jeden Fall schade, aber nur gut, vielleicht muss das so sein. Nachhaltigkeit sieht für mich auf jeden Fall immer so ein bisschen anders aus. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Leider irgendwie mal wieder was Negatives zum Schluss. Mensch, muss ich demnächst mal wieder anders machen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Vielen Dank für deinen Support. Und, ja, wenn du noch Fragen hast, pack die natürlich unten rein. Spätestens die nächsten News, hast du ja gesehen, werde ich einiges davon definitiv aufgreifen. Ich sage vielen Dank, macht's gut. Ciao, ciao, euer Jan. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020